Bisher bei Resident Evil Revelations. Nein, wir sind auf der Queen Semiramis. Verdammt, ich hab kein Signal. Vielleicht kriegen wir sie wieder hin. Seid ihr zwei okay? Geschafft! Hier ist die Kacke am Dampf. Wir haben ein verdammtes Problem. Die Solar-Energie-Matrix wurde aktiviert. Die Satelliten, die Terragrilla zerstört. Boss! Hol sie uns hier raus! Sorry. Aber ich fürchte, das geht nicht. Und damit willkommen zu Episode 7. Regia Solis. Sir, was geht da vor? Eure Zeit ist unfürchtig. Eine Rettung ist unmöglich. Chris wird mit dem Schiff nicht rechtzeitig bei euch sein. Chris, ist der okay? Keine Zeit zum Reden. Ich versuche den Angriff zu stoppen. Ende. Verdammt. Das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Glaube ich die gern, Parker. Hier, Jackass. Der Chef hat mich informiert. Euch bleibt nur noch eins. Lenkt das Zielsystem des Atteniten ab. Und wie zum Teufel tun wir das? Ich weiß alles über dieses Schiff. Ich krieg's raus. Geht erstmal wieder rein. Ich melde mich bald wieder. Wenn er das sagt... Was ist eigentlich mit den verschlossenen Türen? Die Aufzüge hier. Wir kriegen wirklich keine Informationen. Wir müssen erst mal arbeiten. Sehr realitätsgetreu. Übrigens, ich hoffe, ihr wisst, dass ich die Ladezeiten sehr verkürze, indem ich nachträglich beim Bearbeiten die rausschneide, ja? Ihr bekommt immer nur so zwei, drei Sekunden mit. Dabei geht so eine Ladezeit schon mal 10, 20. Ich will halt mein Video ein bisschen optimieren. Ich weiß, was ihr tun müsst. Ihr benutzt die Drohne. Ihr benutzt die Drohne. Auf diesem Schiff ist eine Drohne? Ja, Veltro hat sie letztes Jahr für Angriffe benutzt. Der Container ist am Vordeck. Die Drohne setzt Teuschkörper frei, die das Zielsystem des Satelliten ablenken. Okay. Dann sind wir unterwegs zum Vordeck. Beallt euch lieber. Quint Ende. Okay. Dann machen wir das doch platt. Ähm, wohin? Wenn ich die richtige Etage habe, sollte es angezeigt werden. Hey, was machst du da? Wüsste das? Los zum Vordeck! Ich werde hier tun, was ich kann. Okay. Ich muss mal ganz kurz Loki, Loki machen. Karte. Vordeck. Pass auf. Ähm... 20. Vordeck. Das ist hier. Wir befinden uns sehr weit weg. Ich glaube, das ist wirklich der Aufzug. Ah, die ungefähre Richtung könnte mir mal geben. Warte. Untere Kabinen, obere Kabinen. Zum Promenadendeck. Und von da aus finde ich einen Aufzug. Das bedeutet, ich muss zum Promenadendeck. Wir sind hier goldrichtig. Es ist Draymond. Woher weiß er, was wir vorhaben? Parker redet nicht mit Jill? Okay. Nun, ich glaube, ab jetzt können wir ohne Probleme in jedem Part ein Kapitelchen machen. Nur noch eins und das allerletzte dürften sich über zwei Parts strecken. Wenn der letzte Part ziemlich lang war. So, die Pistole habe ich ja abgelegt. Einfach, weil wir da keine Munition mehr haben. Aufgelaufen. Bestimmt jetzt wieder. Nee. Ja, dann kriegen wir nicht hin. Muss andere Wege und Mittel geben. Wir waren da doch schon, ne? Klaro, da war ja der Nachrichten-Offizier-Boss. Ich frage mich nur, wie es da irgendwie weitergeht. Vielleicht schon mal einen Blick riskieren. Ähm. Da war was. Da ist was gerannt. Das sah aus wie so ein Hund oder so. Oh, damn it. Ich trau hier gar nichts mehr. Warte, warte, warte. Das hier ist ja zu. Und hier. Boah, ich bin verwirrt. Da, ein Hunter. Immerhin ein Zeichen, dass wir auf der richtigen Fährte sind. Übrigens, ich muss mich ja korrigieren. Ich habe ja gesagt, es geht doch nicht irgendwie. Physische Angriffe, also wenn die Gegner so betäubt sind und taumeln, da kann man A draufhämmern. Und sagt ihr, es bringt doch nichts mehrmals zu drücken. Ja, das habt ihr auch nicht in die Kommentare geschrieben, sondern A gedrückt halten. Dann werden die Angriffe stärker. Ich hoffe, das nächste Mal werde ich daran denken. Komm schon. Verschwinden instant. Nicht besiegen. Parker. Och Mensch. Kannst du deine Gegner nicht ein bisschen gepflegter besiegen? Rettungsringschlüssel. Wow. Alter, Alter, du. Tschüss mal. Geht baden. Na gut. Vergessen wir halt jetzt mal das Scannen. Wir müssen unser verdammtes Leben retten hier. Ja, ich glaube, das war es nicht wert. Und jetzt müssen wir ein grünes Kraut dafür verwenden. Hat noch 17 gebracht. Die bringen auch sehr viel. Weil die wahrscheinlich... Okay. ziemlich schwierig zu scannen sind. Danke Capcom für diese Erkenntnis. So. Mal ein bisschen spielen hier. Schwingen den Schraubenschlüssel. Ne, Schraubenschlüssel ist was anderes. Aber ein Schraubenzieher ist es ja auch nicht. Wir ziehen ja keine Schrauben. Offiziell heißt es ja eigentlich Schraubendreher. Das war easy. Nicht der Rede wert. Und jetzt haben wir hier einen Aufzug. Okay. Brücke oder Vordeck. Gut, das ist jetzt... Führt uns auch wieder nicht auf die Kabinen. Aber der Weg stimmt. Ein bisschen nachladen, was geht hier. Läuft. Wo ist die Drohne? Das ist dieser Ort, den Chris und Jessica schon gesehen haben. Oh Mann. Bei dem exakt gleich aufgebauten... ...Schwesterschiff. Die Queen... ...Semiramis. Wo denn hier? Schlüsselkarte. Dafür war die... Was zum... Ich will das mal ein bisschen looten. Also... Hier gibt es so viel zu entdecken. Ah, ich will noch nicht raus. Hab Angst. Wenn es dunkel wird, muss ich nach Hause. Okay, okay, okay. Ja, schließen wir am besten einfach mal alles auf. Gut. Was bleibt uns anderes übrig? Das ist mit den blöden Huntern aufzunehmen. Oh mein Gott. Verdammter Hunter. Ärgerlicher Viecher seit Resident Evil 1. Tradition pur. So, muss man hier sehen, ist hier zu. Wow, hast du recht. Okay, der. Aber hier steht noch einer. Möchtest du gescanned werden? Oh, hat noch gezählt. 18%. Ich hab falsche Prioritäten. Und keine Muni. Zumindest nicht nachgeladen. Parker, ein bisschen Hilfe. Außer Ersprüche klopfen. So viele grüne Kräuter verschwendet, um ein grünes Kraut mehr zu haben. Ah, hier sind wir richtig, was? Die andere Seite hat sich... Ich gucke... Oh. Ah, Popo. Goody. Hier können wir aufpimpen, aber wir haben ja nichts, oder? Wir haben nichts dazu bekommen. Na dann. Na dann. Drohne also. Willst du mir drohen, oder was? Das war so ein schlechtes Wort, Spinner. Das war so schlecht. Das ist wieder gut. Jetzt wird das mal abgemetzelt. Weil so ein gepflegtes Gewehr für euch auch eine gute Sache ist. Sogar ein Tick besser. Jawoll. Ich glaub, die kommen hier im Überfluss. Ui. Boah, ey. Ja, 27 Schuss habe ich noch. Mit dem Gewehr. Das ist für dich. Alles klar, alles klar. Verteidigen. Oh, man. Diese Tasten. Stellt euch einfach vor, ich hätte diese Granate sehr effektiv gegen einen Gegner angewendet. Haben wir Ruhe und Frieden? Upsa! Frauenpower! Da! Gott sei Dank! Was könnte die BSAA von mir wollen? Wie lange ist das jetzt her? Fast ein ganzes Jahr. So leid es mir tut. Du bist zu spät dran. Okay, ein Teil ist beendet, aber noch nicht alles. Wir haken das hier ab und es geht direkt weiter. Kapitel ist noch nicht zu Ende. Dieses Ding muss so weit wie möglich fliegen. Alles bereit. Lieber später als nicht. Aber was tun dafür? Quitt, wir sind bereit. Okay, die Pilotenfernsteuerung ist im Kielraum. Daher auch fern. Geht übers Nebendeck zum Kielraum. Schon unterwegs. Willst du hier lang, ja? Na denn. Du wunderst dich, warum ich Regia Solis aktiviert habe? Ja, was ist denn in dich gefahren? Ist es nicht etwas früh, den Zorn Gottes loszulassen? Zeitdruck, warum nicht? Gerne. Mh, fünf Minuten, lecker. Aber diese Texturen, dieser Bart eben. Wenn die schon so nah ran zoomen, dann macht doch auch irgendwas damit. So. Haha. Ja gut, ich muss hier irgendwie zurechtkommen. Das ist mit Glück, müssen wir hier nur einmal lang... Ach, guck mal, da vorne. Jo, das spart Zeit. Das muss ich mir unbedingt angucken. Auf, verdammt. Beim Wählen der Waffe hingelieben. Okay. Tja, unter Zeitdruck. Ich scanne die Viecher, ich besiege die Viecher. Ich glaube, man könnte auch versuchen, einfach so durchzudackeln, aber ich glaube, das endet ein bisschen tödlich. Also, geben wir schon unsere Munition aus. Beziehungsweise, wir sind zu legend, wie es geht. So, was haben wir hier noch? Nice. Oh, der da. Ich muss die noch mitkillen. Zu viele Companions am Start. Scan hat keine hohe Prio, das haben wir noch erwähnt. Kaum platze. Du, Fertöse. Schön. Ui. Keine... ...verhaupt kein... Muni mehr. Ach, geht so. Noch über drei Minuten. Macht er nicht ins Hemd? Oder auch nicht ins Höschen? Zack. Oh, mein Gott. Das ist nicht wirklich geeignet, was? Boah, liegt im Auge das Betrachters. Einer noch. Da haben wir wieder ein grünes Kraut. Wobei es uns an denen gar nicht mal mangelt. So. Und der Aufzug lässt sich Zeit. So, hab ich mir das vorgestellt. Nein, die Zeit ist um. Los, oder willst du hier sterben? Ich mach mal nicht ins Hemd. Dürfte reichen. So wie die sich aufregen. Dürfte man kaum noch Zeit übrig haben. Wir haben noch zwei Minuten. Ich glaube, ich erkenne diesen ekeligen Raum. Das will ich auch... Dafür ist jetzt keine Zeit. Das ist mit lang. Ja. Und hier... Kommen noch mehr Kumpels. Aber ich kann gar... Oh, was? Was macht Rachel hier? Sie ist es. Erstmal... Oh, Alter. Ein schlechter Zeitpunkt. Ich mein das ernst. Nee, die gibt... Die Sniper, aber die lässt mich nicht in Ruhe, weil Parker ein Scheiß hilft. Ich kann nichts machen. Gut, dann wird's natürlich eng. Ist ja ganz klar. Komm, wir hauen ab. Also... Jetzt wird's mir doch zu bunt. Beziehungsweise... Jetzt weiß ich nicht, wo lang. Ja. Wohin deswegs? Ganz blöd gesagt. Also von hier unten muss es ja irgendeinen Weg geben. Ach, komm. Ist doch jetzt nicht wahr. Übertreiben? Gerne. Schön und gut. Aber das hier... Nee. Raketenwerfer. Für was? Für die Blödmänner da? Vielleicht. Komm, weiter, weiter. Ich könnte... Soll man die... Kupf machen? Ach, krieg's jetzt. Ach, nee, oder? Verschwindet. Boah, war das knapp. War doch noch eine sehr knappe Zeit, weil die Rachel mich mal festgehalten hat. Es hat gereicht mit ein paar Sekunden. Geil, oh Mat! Ong, wow! Doch. Ich habe dort hing четыres Malen. Du hast... Gerne, mich. Boah, war dasане. 存itt!」 Verz sich auf вас... Willst du mit? Oh, du mit! Geil, du mit! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020